Achso, ich kann da zwei nehmen oder was? Tatsache. Ist ja lame. So, der eine ist einzeln, das ist ganz gut eigentlich. Und der ist verbuggt dort hinten. Auch nicht schlecht. So, den holen wir jetzt. Und da waren es nur noch drei. Viel Hilfe hast du jetzt nicht mehr. Der ist doch immer verpackt. Wir verlieren nicht noch einen Körper, diesen Bastard. Ich will ihn tot sehen. Verdammt, passt doch auf! Ja, der hat ein bisschen rumgebackt, aber dafür schläft er jetzt. So, dann haben wir jetzt noch den. Wo willst du hin? Der will nach oben. Den schnappen wir uns jetzt. So, schnappen wir uns den jetzt. Schön in den Boden reingerannt. Alarmstufe 1. Alles verfügbare Personal sollte seine Quadranten nach dem 622 absuchen. Vier Personen ist 1,90 groß schwarz gekleidet und hat Flügel? Was? Ich hab Flügel? So, dann machen wir das Ding mal hier auf. Mal schauen. Irgendwas mit Gesetz. Na komm. Gesetze. Ah. Gesetzes Hüter. Wolltest du nicht deinen Quadranten absuchen? Ach was, das überlasse ich den Jungs vom SWAT. Wieso das? Hast du nicht gehört? Brandon hat ein Deal mit Black Mask. Sie wollen die Fledermaus töten und das Kopfgeld einsacken. Du willst mich doch verarschen. Weiß Gordon davon? Bestimmt. Aber was will er machen? Was kann er machen? Der kann sich glücklich schätzen, wenn Brandon und seine Jungs überhaupt auf ihn hören. Dieses Department... Diese Straßen gehören zu uns. Alarmstufe 1. Alle Einheiten melden sich beim jeweiligen Vorgesetzten. Aktuelle Zahlen... Hier alle Einheiten, ne? Und die ballern hier rum ganz in Ruhe. Nee, nee. Die Polizei von heute ist nicht mehr das, was mal war. Können wir schon wieder aufmachen? Okay. Machen wir doch mal. Ach, hier darf ich nicht? Okay. Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Hm. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Unterbrecher aus der was? Hallo! Hallo! Aua! Letzte Woche, das lehne ich ab! Was sollst du? Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf ihrer Karte markiert. Hm. Danke für den Hinweis. Hallo hier liebe Freunde. Ich bin jetzt mal durch. Die Frage ist, ob wir hier durchkommen. Die Tür ist nämlich zu. Aber können wir die eventuell aufmachen? Das haben wir ja schon in der letzten Folge probiert. Okay. Vielleicht geht's ja jetzt. Nee. Alles klar. Geht nicht. Muss ich die Dinger vielleicht erst auf, äh, 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 kaputt machen hier? Nee. Okay, dann probieren wir es nochmal drüben. Da ist ja auch noch so ein Schalter. Der könnte eventuell aufgehen. Ansonsten sehe ich hier nämlich nichts, wo wir langkriechen könnten. Deswegen probieren wir das Ganze mal hier aus. Ob er hier meckert, ist die Frage. Nee, hier meckert er nicht. Schützt Gotham. So, und hier kommen wir jetzt auch rein. Sehr schön. Was ist denn eigentlich hier drüben? Ist hier wieder ein Secret. Ich sehe zumindest gerade keins. Okay, egal. Wir gehen einfach hier weiter. Die Frage ist, ob hoch oder runter. Aber da hier oben nichts ist, schätze ich mal runter. Schönen guten Tag. Ein langer Gang. Zugang zum Zellenblock. Ach nee, ist das eine Leichenkammer hier? Oh, oh. Da. An alle Einheiten. Berichte eines 622 in den unteren Stockwerken. Sicherheitspersonal wird benötigt. Ja, die gute Frau kennen wir schon. Das erinnert mich so ein bisschen hier an den ersten Teil. Arkham Asylum. Da waren wir ja auch in der Leichenkammer. Und da war es ein bisschen gruselig. Vielleicht soll uns das hier so ein bisschen daran erinnern. Hier renne ich nochmal. Achso, mit A. Stimmt. Oh, Gegner. Es muss wie ein Unfall aussehen, als ob Gordon die Kontrolle verloren hätte. Wir brauchen einen klassischen Gefängnisaufstand. Wir wollten Aufstand? Dann lasst mich raus. Murchgroße. Hier sind überall Kameras. Wir lassen niemanden raus. Er hat recht. Wenn wir diesen Irren freilassen, bricht hier so richtig die Hölle los. Ich sagte, lasst mich raus. Und ich sagte, wir lassen niemanden raus. Aber es kann nicht schaden, ihm von dem Schießmechanismus an der Tür dazu erzählen. Der, der gerade repariert wurde? Naja, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie gut er repariert wurde. Wenn ich ihr wäre, dann würde ich verschwinden. Wir sind hier schon bald aus den Füßen. Muss ich die überhaupt fertig machen? Ich könnte theoretisch auch da hoch. Oh, der will mich nicht da hoch lassen. Okay. Er ist direkt über uns. Schusswaffe im Einsatz. Fertigen wir diesen Bastard ab. Ich helfe den Waffen. Muss ich jetzt mal wieder reinkommen? Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Mein Gott. Ich bin auch gerade gar nicht klar hier. Wenn ihr auf alle ihre... Alter. Ich könnte mal auf hier die Waffen zulegen. Du bist nichts besonderes. Achso, der ist auch noch so blöd gerüstet. So, mein Freund. Jetzt ist aber Schluss hier. Der kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Sieht ein bisschen aus wie Bane. Vito. Die Gerüchte habe ich gehört, aber ich dachte nicht, dass es echt ist. Was wollt ihr jetzt alle von mir? Ich will ja eigentlich nur woanders hin. Ich soll hier die Treppen rauf. Da hinten ist mein Ziel. Ah, da komme ich da her. Und da hoch komme ich nicht. Wieso komme ich da nicht hoch? Was soll das? Finde ich immer ein bisschen schade, dass man dann so eingegrenzt wird. Weil das überhaupt keinen Sinn macht. Gut, da gehen wir mal halt wieder zurück. Warum auch immer ich jetzt hier unten war, ich weiß es nicht. Gehen wir halt nochmal hoch. Gucken wir mal hier rein vielleicht. Aber da kommen wir auch nicht rein. Haaaah. Finde ich ja jetzt schon ein bisschen komisch. Halt. Da kommen wir hoch. Ah. Aber hier uns nicht hoch lassen. Ja, ja. Ist klar. Ist klar. So. Hier kommen wir aber doch bestimmt rein. Auch nicht. Ich fühle mich so eingegrenzt. Und hier dann bestimmt auch nicht. Nee. Haben wir denn hier oben irgendwas wo wir hinkriechen können? Auch nicht. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen verwirrt. Und... Komme ich da eventuell durchs Fenster? Mit einem gezielten Battling vielleicht. Kann er die Scheibe kaputt machen? Nee. Tja. Jetzt bin ich ein bisschen überfragen. Ach da. Guck mal. Ah. Ich pass aber auch wieder nicht auf. Da ist da was. Oh. Das war... Stimmt. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Ach. Hier muss ich mal so drücken den Knopf. Kann ich den nicht mehr so anwetteringen? Schade. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Im Holzkohlekeller oder was? Gut. Sie sind auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Assermatenkammer bringen. Verstanden. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Guck mal. Ein schöner Kalender. Auch nicht schlecht. Und ganz viele Notizen überall. Weihnachtsbäumchen. Ach schön. Und hier sieht man doch schon... Kann man doch was aufspringen. Wie war es das nochmal mit der Explosion? Ach ja. So. Wo sind wir denn hier? Wieder ein Rohr wo ich nicht durchkomme. Aber dann entsprechend nach oben. Alles klar. Da komme ich auch nicht lang. Also der einzige Weg. Nach oben. Hui. Noch weiter? Komme ich überhaupt noch weiter hoch? Sieht nicht so aus. Aber... Da sind wieder... Komische Blitze. Das heißt... Eventuell... Ich brauche wieder meinen... Better Ring, der irgendwo durchfliegen muss. Invertierte Steuerung. Ich habe es vergessen. Wer erfindet doch sowas, ey. Hä? Ach wenn ich nochmal drücke, fliegt er zurück. Ist ja... Interessant. Ja, wohin soll der jetzt? Ich bin leicht verwirrt. Da oben war zwar ein Schach, der so komisch geblinkt hat, aber... So... Oh... Ja, was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Höher komme ich aber nicht, ne? Da stehen zwei shooken. Untertitelung des ZDF, 2020